Herzlich Willkommen bei KMIT! Heute eröffnen wir den Gruselpepperwoods Adventskalender um 3 Uhr nach! Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember und das bedeutet, ihr und wir dürfen unsere erste Tür beim Weihnachtsadventskalender! Ihr habt doch bestimmt auch alle einen Adventskalender und wenn ja, dann lasst mal ein Like da und schreibt Tür in die Kommentare! Wir haben uns nämlich auch einen Adventskalender besorgt, aber einen besonderen... Es war ein Gruselpepperwoods Adventskalender! Mein Gott, Mann, ein Adventskalender von Pepperwoods! Wer von euch hat auch so einen Pepperwoods Adventskalender, Mann? Schreibt in die Kommis! Und Tür und Tür nicht vergessen, Mann! Tür reinschreiben und lasst ein Like da, Mann! Und diesen werden wir heute mit euch... Zusammen öffnen wir das um 3 Uhr nachts, die Teufelstunde! Freunde, Mann, das krasseste ist... Weihnachten hier anhalten, Leute! Mein Gott, ey, Countdown bis Weihnachten, Pepperwoods! Ich bin so heiß drauf, den endlich zu öffnen! Du weißt aber, was passiert, Flexi, wenn man um 3 Uhr nachts zu Videos dreht? Ihr kennt es auch, Mann, Leute! 3 Uhr nachts, Pepperwoods, Dezember, Weihnachten, Adventskalender! Das kann nur schlimm werden! Wir machen das nämlich nur für euch, Mann! Und heute ist der erste Adventskalender! Aber ich hab trotzdem Lust! Ich hab echt Lust drauf! Flexi, weißt du, was mir hier gerade schon mal auffällt? Was? 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 Hier sind gar keine Türchen drauf und Zahlen! Alter, was geht da? Wir haben doch alle eine Tür, deshalb Türen, die Kommentare! Ich seh keine Zahlen! Vielleicht müssen wir ihn erst mal öffnen! Weißt du was, Freunde? Öffne den, komm! Wer einig käme, ich kann es nicht abwarten! Er ist offen, Mann! Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Alter, Tom, willst du das sehen? Ja, bitte! Da sind die Türchen auf der Rückseite, Mann! Alle Türchen, alle Zahlen bis zu 24! Hast du da Bock drauf, Tom? Ja, voll gut! Ich hab auch richtig Lust, Mann! Heute ist der erste Dezember! Das bedeutet, wir öffnen jetzt Türchen Nummer 1! Dann bin ich mal gespannt, wer Türchen 1 zählt! Wo ist die 1? Ah! In meiner Ecke! Ich dachte, ich hab's! Okay, dann darfst du doch öffnen, Flex! Soll ich's öffnen, wirklich? Das gute ist, erster Dezember! Da machen wir nix falsch! Was ist da drin? Da ist ein Türchen drin? Ist da was? Ist da was? Hol raus, hol raus, hol raus! Bam, okay! Ist grün auf jeden Fall! Alles klar, ich zeig euch jetzt mal, was das ist, Mann! Was ist das? Das ist ein Türchen? Ein Radio, Mann, Leute! Ein Radio? In grün! Das ist ein Pepper-Woods-Radio, Mann! Krass, damit kann Pepper-Woods Musik hören, oder? Der Hammer, aber... Warte mal! Was ist das? Halt aus! Alter, das funktioniert! Jungen! Damit hab ich auch nicht gerechnet, dass es so krass abgeht! Hier ist der Knopf zum Anmachen! Leute, mal schaut euch, Lucky, der ist ganz aufgeregt, der will uns direkt bespitzen, Mann! Es ist immer noch Pepper-Woods-Adventskalender, viel zu verrückt um 3 Uhr nach! Okay, Lucky, wenn du willst, kannst du's haben, hier! Hey, Lucky, hol's hier! Perfekt, kommen wir nur zu Türchen Nummer... Halt! Zwei! Sollen wir wirklich das zweite Türchen öffnen? Wieso nicht, Flexi, wieso sollen wir nicht das Türchen zweifeln? Weil heute 1. Dezember ist und nicht der 2. Dezember ist? Stimmt, das bringt Unglück, wenn man die Türchen vor dem Tag öffnet. Eben, normalerweise erst morgen um 3 Uhr nachts sollten wir die Nummer 2... Wir haben euch versprochen, dass wir alle öffnen. Ja, dann müssten wir mit der 2 weitermachen. Wir machen jetzt mit der 2 weiter, Flexi. Aber vorsichtig, Mann! Du weißt nicht, was passiert, es ist 3 Uhr nachts! Hier, lass jetzt mal einen fetten Like da... Und schreib Tür in die Kommentare! Damit wir alle Türchen mit euch öffnen. So ein Türchen 1 war schon krass mit so einem Radio des Funks. Krass, Mann! Ich hab 2 schon gefunden. Hier ist die 2 von... Dann öffne sie, Cameron. Auf geht's, dann machen wir die 2. Okay. Auffassen, aufpassen, Mann! Oh mein Gott, ist das krass! Das ist doch nicht etwa, als wie wenn sie es gewusst hätte, dass wir heute erst nicht öffnen dürfen und sie kommt raus, Mann! Oh mein Gott, schaut euch das an! Oh mein Gott, krass! Hör auf, hör auf, Mann! Nicht spielen, du weißt es! Weißt du was, wir stellen dich hier hin, oder? Na gut. Das Gute ist, nichts passiert, Mann! Beim ersten Türchen, Gott sei Dank, Fingers crossed, man nur ein Radio, jetzt nur sie! Dann könnten wir aber auch mit der 3 weitermachen, wenn nichts passiert, du weißt es! Bis jetzt ist noch nichts passiert, Flexi, wo ist die 3, Mann, wo ist die 3? Bleib doch auf jeden Fall dran! Ich seh die 23, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 3... Hier ist sie, Flexi! Ah, bei dir schon wieder! Ich hab sie gefunden! Die sieht aber komisch aus! Seid ihr bereit? Öffne sie! Was ist da? Nein! Was ist das? Was ist das? Was gelbes? Alter! Das sieht ja voll groß aus! Was ist das? Zum draufstehen? Kennst du's aus der Serie, Mann! Die Eisenbahn, mit der sie bespielt! Heftig, ey! Wir haben ein richtig krasses Sammelsurium! Oh mein Gott! Da bin ich dann gleich die 4. Jedes Mal, wenn ich ein Türchen öffne, Freunde, da bin ich wirklich bang, dass irgendwas passiert! Ihr wisst, es ist 3 Uhr nachts, Mann! Und wir dürfen es gar nicht öffnen, eigentlich! Ihr macht es auf gar keinen Fall nach, Leute! Ihr öffnet schön Tag für Tag, Tür für Tür, Tür und Leipzig! Ohne Witz, Mann! Äh, Nummer 4, würde ich sagen! Nummer 4, Nummer 4! Ich hab sie gefunden, Mann! Was geht denn bei dir heute ab? Alles ist bei dir! Dann darfst du sie öffnen, Cayman! Ihr seht jetzt wieder zuerst, Mann! Ich hol's raus! Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Ich will sie sehen! Also, das Rote ist eine Box! Das Geschenk, Flexi, Mann! Ein Geschenk! Kennt ihr doch, das Geschenk! Oh mein Gott! Apropos Geschenk! Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsch mir sehr viel leckeres Essen! Leipkuchenzeit! Halt die 5, oder? Wo ist die 5, wo ist die 5? Wo ist die 5? Da, in der Ecke! Hab sie! Oh, wow, warte! Was ist? Das ist ein Riesentürchen! Ja und? Sei vorsichtig! Flexi, Mann! Hinter großen Türchen verstecken sich immer große Dinge, Mann! Ah, die kleinen sind die feinen! Man weiß es nicht! Oh, was da drin ist! Ihr seht das zuerst! Was blau ist! Oh mein Gott! Hey, das steht! Das steht perfekt, Flexi! Oh mein Gott! Das Beste ist! Guck mal, Freunde! Wir haben noch diese Figur! Und die stellst du dahinter! Ein Weihnachtsmann! Wie krass ist es! Weihnachtsschwein! Oh mein Gott! Guck mal! Heftig! Ey, diese Adventskalender! Ich bin so begeistert jetzt, Mann! Oh mein Gott! Aber was kommt nach der 5? 6, Mann! Nikolaus! Nikolaus Tag! Das sechste Türchen! Der sechste Dezember! Nüsse und Mandarinen in den Schuhen! Stell dir den Stiefel raus! Gib deinen Daumen nach oben! Dann mach mal die 6 auf! Wo ist die? Oh mein Gott! Du sagst großes Türchen! Das ist ein mega Riesentürchen! XXL Türchen Nummer 1, Mann! Sollen wir es öffnen? Komm, sollen wir es öffnen? Ich weiß nicht! Tom will, dass es öffnet! Ja auch, ja? Langsam jetzt! Es ist Nikolaus! Oh nein! Zwei! Eins! Hast du es gesehen? Ja! Das war das, Mann! Ich weiß es nicht! Der Pepperwoods! Es ist aus wie Pepperwoods! Die ist da aus dem Türchen rausgerannt! Der hat was da gelassen! Der Nikolaus! Wir machen das auf! Da kommt ein Schwein raus! Pepperwoods will nicht, dass wir das öffnen! Oh mein Gott! Es ist der wahre einzigartige Weihnachtsbaum! Apropos! Grinch hat unseren Weihnachtsbaum geklaut! In der letzten Folge von Was wir! Unser Weihnachtsbaum! Und wenn ihr die sehen wollt! Diese Folge, die war richtig krass! Ihr müsst euch hier angucken! Schaut jetzt hier oben und klickt da drauf! Grinch hat unseren Weihnachtsbaum geklaut! Weißt du? Bei der Hälfte! Das geht zu krass! Nein, nein! Wir machen das zusammen! Ihr beide! Nein, nein! Wohin gehst du? Nein, nein, nein! Wir machen jetzt die 7 auf zusammen! Du bleibst hier! Was soll passieren, Mann? Ist da was drin? Ist da was drin? Hey! Ist es jetzt schlimm? Nein! Musik! Das macht doch Spaß! Aber warum kommt dann aus der 6 irgendwas krasses raus? Ja, weil es der Nikolaustag war! Denkst du, die funktioniert? Wollte ich gerade sagen, spiel mal eine Runde! Ey, nicht schlecht, Mann! Das ist gut, gell? Das ist besser spielen, als ich dachte! Ey, was geht ab? Das ist ja richtig verzaubert! Das ist so ein kleines Saxophon! Funktioniert, Mann! Und da du jetzt wieder Spaß hast, würde ich sagen, machst du mal die 8 auf! Die 8, die Lucky schon eingetreten hat, oder was? Ja! Mach mal die 8! Ist da noch was drin? Ich reiße direkt ab! Was ist da drin, Freunde? Wieder so ein Saxophon oder sowas? Nee! Krass, okay! Oh, ein Pferdchen! Oh, ein Schaukelpferd heißt es! Das schaukelt aber nur einmal, Mann! Okay, dann würde ich mal sagen, Number 9! Nummer 9! Was ist da drin? Eine Gitarre! Eine Gitarre! Das ist ein richtiges Musikorchester! Vielleicht willst du das mal spielen? Oh mein Gott, krass! Glaubst du, die funktioniert auch? Okay, mach mal! Dann würde ich mal testen, ab jetzt! Krass! Krass! Soll ich mal? Komm, wir spielen zusammen, oder? Okay, zusammen, okay! Eins, zwei, drei! Das ist geil! Ey, das macht so viel Spaß, ey! Und so hat es Angst, Mann! Obwohl es 3 Uhr nachts ist! Es passiert doch gar nichts! Okay, du hast recht! Der Adventskalender macht nur beide und Spaß! Dann machen wir wieder 10 weiter! Dann machen wir wieder 10, Mann! Hier ist die, Freunde! Seht ihr sie? Okay, Mann, let's go! Woah! 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 Das ist! Das ist! Pepperwoods Blut! Das ist aus wie Blut! Es ist aus wie Blut! Es ist auch! Es ist auch! Fass es nicht an! Fass es nicht an! Legs weg! Machs weg, Mann! Machs weg, machs weg! Das war es mit der Freude! Das war es mit der Freude! Geh mal weg! Was machst du denn, Cayman? Mach das mal weg! Was soll denn das? Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Das ist ein kleiner Kalender, Freunde! Gestern war ein Leiter der Tür! Der packt den Blut in den Adventskalender für Kinder, Mann! Vielleicht liegt doch das an, weil es 3 Uhr nachts ist! Kann nicht sein, Flexi, Mann! Denkst du, wenn wir den Taxi beöffnen, ist da was anderes drin? Irgendjemand tauscht ihn aus nachts oder was? Ja, und ich weiß auch schon, wer! Wer? Pepper Wutz! Es ist ihr Kalender! Es sind ihre Spielsachen! Und was macht sie für uns rein, für Cayman und Flexi? Auf einmal ein Blatt! Ihr habt so viele Likes da eingelassen, Mann, Flexi! Wir machen weiter, Mann! Wir machen weiter! Bist du dir sicher? Nein, ich mach jetzt nicht weiter! Like es doch mal! Ich mach nicht weiter! Wir machen natürlich weiter, wenn du uns zu viel Likes gibst! Der war im TÜNF! Jetzt sag mal, das spinnst du! Ich mach doch jetzt nicht weiter! Dafür sind wir doch bekannt! 3 Uhr nachts Videos, Flexi! Da passiert immer irgendwas! Und was ist, wenn es jetzt noch schlimmer wird? Komm, wir machen einfach mit 11 Mal! Die darfst du öffnen! Nein, 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 nein! Ah! Was ist? Oh mein Gott! Was ist? Ein Skateboard! Das finde ich aber wiederum cool! Ein Skateboard! Schaut mal her! Ey, nicht durch! Wollen wir noch weitermachen? Das hört sich noch so voll an! Da ist noch so viel Zeug drin! Komm, wir machen 12 und 13 gleichzeitig! 3, 2, 1! Ah! Ich hab noch ein Geschenk! Jetzt haben wir ein rotes Geschenk und ein grünes Geschenk! Machen wir gleich mit der 15 weiter! Wir müssen weitermachen! Die 15! Noch ein Geschenk! Die 16! Nein! Lass es! Oh Gott! Ey, du hast zu viel Risiko! Hör auf, hier zu öffnen! Wenn wir jetzt weiter öffnen, dann kommen 3, 4, 5 Sachen normal, dann eine Kacke! Ja, cool! Macht Spaß! Und dann passiert sowas! Lass das! Dann wird 3, 4, 5 Türchen Geschenke, Scooter und so! Du musst erst mal runterkommen! Du bist so wahnsinnig, Mann! Du kannst doch nicht immer alle Türchen öffnen! Das ist, wenn da noch mehr passiert! Lex, ich will mich lernen! Hör auf! Was soll das denn sein? Nein! Ah! Was macht ihr? Was macht ihr? Das ist der Adventskalender! Das ist der Adventskalender! Das ist unser... Das ist Wahnsinnig, das ist Pepper Wutz! Die ist riesig! Das ist die Original-Pepper-Woods. Aber den wollten wir doch noch zu Ende öffnen. Wir waren doch noch gar nicht fertig. Weißt du was, Füks? Wie geht der, Mann? Aber das ist Pepper-Woods. Sollen wir hinterhergehen? Hast du irgendwas in der Hand gehabt? Dann schreibt's in die Kommentare. Tür, jetzt. Komm, jetzt. Das will ich mit meiner Kalender zurück. Psst, seid leise, Mann. Pepper-Woods ist hier. Bei Pepper-Woods, die original echte Pepper-Woods. Wo ist Pepper-Woods hin? Vielleicht ist der Kalender. Da brennt doch was. Da brennt doch was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Unser Adventskalender brennt. Unser Adventskalender. Wir haben doch noch nicht mal fertig gemacht. Da brennt's noch. Oh Gott sei Dank. Was hat die denn unser Adventskalender gemacht, Mann? Wir waren doch noch nicht mal fertig. Wir waren doch noch nicht mal beim 24. Türchen. Was ist das für ein krankes Video? Tür, Tür? Sie nimmt auf mein Haar, Mann. Und Pepper-Woods ist weg. Sie nimmt ihn weg. Zündet ihn an. Und ist wieder weg. Was soll'n das? Und jetzt... Ich dachte, der Adventskalender ist von Pepper-Woods für uns. Für uns. Aber Pepper-Woods sagt, das ist mein Adventskalender. Gebt jetzt mal einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Tür. Heftig, Mann. Von Pepper-Woods für Pepper-Woods, Mann. Was machen wir jetzt? Hier ist die 24. Hier ist die 24. Die haben wir noch nicht geöffnet. Es sind noch einige Türen, die nicht geöffnet sind, Freunde. Wir machen weiter. Weil ich will wissen, was da drin ist. Boah. Boah. Komm rein. Gehen wir erstmal rein, Mann. Pepper-Woods. Oh Mann, Flexi, alles kaputt. Die 22, die haben wir noch nicht mal geöffnet. Aber hier sieht's noch gut aus. Die Türchen sind noch intakt, Mann. Und die 24, Gott sei Dank ist die 24. 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 Die 20 geht noch. Die 18 ist voller Schleim. Was habt ihr mit unserem Adventskalender gemacht? Wo fangen wir an, Mann? Hier irgendwo. Mit 21, oder? Ja. Schau mal, was da drin ist. Da ist ein Fahrrad drin. Oh, ein Fahrrad. Das ist aber wiederum nett. Gott sei Dank haben wir noch ein Fahrrad. Da könnten wir vielleicht eine von den Freunden draufstellen, oder? Roller, Fahrrad, Skateboard. Das ist doch nice, oder? Egal, hier ist noch die 20. Was hab ich denn mal vergessen? Ah! Augen! Was ist das? Das ist eine kranke Sache, Mann. Oh mein Gott, das sind Zähne! Ah! Ah!